Er mixt in die selbe Platte in die selbe Platte. Er spielt damals eine Fraction, also John Geyser Fraction, spielt die und ich mix die nächste Platte rein und denke, wie passt das, passt richtig geil, das passt so richtig geil und mixt die rein und es ändert sich auch gar nicht so wirklich viel. Das ist der Mix des Lebens, der Mix des Lebens. Wenn Thomas irgendwann sagt so, ey, das ist die gleiche Platte. Untertitelung des ZDF, 2020